Na gut, da mache ich schon mal den Netherite Barren. Vier Netherite Platten und vier Gold. Warte mal, das geht doch jetzt gar nicht mehr so, ne? So wie früher. Also den Barren kann ich schon noch mal, aber man braucht diese Vorlage, oder nicht? So ein Scheiß, haben wir die? Ja. Die habe ich ja gefunden letztes Mal. Und dann muss man, glaube ich, hier... Sag mal, regnet es? Oh, wir haben gerade geschlafen. Oh ja. Ausrüstung aufwerten, genau, Schmiedevorlage. Und dann ein Netherite Barren und das Tool. Das ist kein Problem. Im Gegensatz zur Performance. Hm. Netherite Aufwertung. Sehr gut. Ja, dann, äh... Dann warte ich mal. Ja. Alter, liegt ja alles voll mit Enderperlen. Ach, das kann sein. Ich gehe mal zur Creeper-Farm. Hm. Aber ich weiß ja nie, vielleicht ist mal was drin. Boah, voll gegen den Baum geflogen. Oh, 34. Boah, gar nicht schlecht. Hm, und eins hatte ich noch im Inventar. Macht 35. Ich glaube, ich hatte vorhin auch eins im Inventar. Das habe ich in die Schwarzpulvertrugel geschmissen. Ah. Naja. Egal. 35, das macht... Insgesamt mit meinen vorhandenen... Sind es zwei Stacks und fünf. Und wie weit bist du? Jetzt gerade habe ich es verzaubert. Oha. Glück drei und Effizienz vier. Ja gut, dann fehlt nur noch Haltbarkeit. Ich habe hier Haltbarkeitbücher noch im... Oha. Ich nehme die mal mit. Reicht das? Ich glaube, die habe ich... Nee. Aber... Haltbarkeit eins habe ich und... Ich gucke mal, was wir hier noch haben. Weil... Wurzernot kann ich auch hier weiter verzaubern. Ja, das wollte ich gerade sagen. Was war Haltbarkeit eins und zwei? Wir haben hier nochmal zwei. Oh, Behutsamkeit konnte ich gerade machen. Das nehme ich mit. Ja. Warum sind denn der Truhe auch noch Steak und Pfeile drin? Wie viel Steak? 36. Hä? Boah, keine Ahnung. Nee, ich glaube, es waren meine. Kann es sein, dass ich die da gerade rein habe? Vielleicht. Weil ich habe nur noch die 36 jetzt im Inventar. Ach, keine Ahnung. Und wo bist du? Aufm Rückflug. Sehr gut. Ich bin im Flugmodus durchs Portal gegangen. Oh, es ist nicht verpackt. Ist aber, glaube ich, Nacht, oder? Nee, oder? Wobei. Nee, aber Abend. Nachher kann man schlafen. Jetzt habe ich kein Buch mehr dabei. Wenn ich das alles, wenn ich das alles im Ende gelassen habe. Dann mache ich nur eins. Für was denn? Ach so, zum Verkaufen. Ja. Ja, ich habe hier das Haltbarkeit zwei Buch. Ah, danke sehr. Jetzt sind hier die. Ah, da tue ich nämlich mal den Rest rein. Ich habe hier nämlich noch Fehlerfall. Schutz. Behutsamkeit. Haltbarkeit eins. Warte, Schutz, Schutz, Schutz. Schutz kommt hier hin. Okay. Da war auch noch ein unbenutzter Diamant-Harnisch in der Truhe. Und Diamant-Beinschutz mit Explosionsschutz 4 und Haltbarkeit 3. Den schmeiße ich in die Rüstungstruhe. Ja. Jedes Mal muss ich suchen, wo Leder ist und jedes Mal übersehe ich es, weil es ganz im Eck ist. Und das habe ich schon, also gut, ich habe das Lager auch gebaut, aber ich, Leder weiß direkt und rechts. Du bist einfach, ähm, zu inkompetent. Ach so. Rip 24. 24 Smaragde. Warte, ich muss zum Amboss. Das lohnt sich, Alter. Für eine Hack... Warte mal. Hm? Nee. Was? Warten oder nicht warten? Ja, nee, kannst machen. Ich überlege nur gerade. Mending auf meine... Mending auf meine Hacke... Nee, musst du nicht. Mending auf meine Hacke zu machen, ist eigentlich voll kontraproduktiv. Weil das Achievement, das Achievement kriege ich, wenn die Hacke kaputt geht. Ach, ich dachte, wenn man sie macht. Oder wenn man sie macht. Das muss ich mal gucken. Ich glaube, wenn sie kaputt geht. Früher hat man das bekommen, wenn die Diamanthacke aufgebraucht war. Jetzt ist es zu spät. Ja, aber ich weiß nicht, das Achievement hat sich ja generell geändert. Und ich meine, du hast damals eins gekriegt, als du eine Netherite Hacke gemacht hast. Ich weiß es noch. Ich probiere es einfach mal, jetzt muss ich es eh machen. Hm. Alter, das ist mal eine Hacke. Nee. Ja gut, dann war es völlig umsonst. Nö, weil jetzt habe ich eine Netherite Hacke und das ist gut. Ich habe auch eine Netherite Hacke. Schön. Die ist sogar besser als deine. Nee, sie hat kein Glück. Da könnte ich auch mal Glück drauf machen. Mhm. Aber ich habe Effizienz 5, du hast nur 4. Oha, das muss ich nur irgendwann noch ändern. Ähm. Ich gucke mal hier rein. Landwirtschaft, da ist das glaube ich. Ah doch. Ich habe das schon. Ah. Benutze einen Netherite Barren, um eine Hacke aufzuwerten und denke dann über deine Lebensentscheidungen nach. Landwirt aus Leidenschaft. Ja, dann passt alles. Das steht, aber irgendwie weiß ich nicht. Früher war das cooler, weil dann musstest du eine Diamant Hacke komplett aufbrauchen. Das war nochmal eine Challenge für sich. Aber egal. Ich beschwere mich jetzt nicht. Jetzt habe ich das Achievement trotzdem schon. Gut. Und ich habe eine Netherite Hacke. Okay, perfekt. Ähm. Dann. Ich gehe jetzt mal zum Bahnhof im Nether. Dann gehe ich da auch hin. Und gucke mir an, was man da machen muss. Schon da. Schön. Ich sehe es. Ich auch. Hm. Tschüss. Nichts. Ich sehe gerade auf Englisch heißt dieses Achievement mit dem, weißt du wo die Leitsteine stehen? Das heißt Country Load, take me home. Ach ja, hier hat der Gast sein Unwesen getrieben. Hat der das Dach kaputt gemacht? Nee, aber die Umgebung. Allerdings muss ich sagen, mit deinem Dach bin ich nicht ganz einverstanden. Ja, ich glaube das war auch noch nicht fertig. Ich wurde dann unterbrochen. Ah. Oder? Ich weiß nicht. Wieso? Was gibt es auszusetzen? Ich finde das ein bisschen hoch. Das mit, nee, das ist okay. Das mit der Treppe, die verkehrt rum, ganz oben in der Mitte drin ist, das, darüber lässt sich streiten. Aber. Würdest du es machen? Ich hätte einen Block reingemacht. Aber die Treppe ist nicht unbedingt das größte Problem. Die kommen auch lassen von mir aus. Auf der Treppe oben drauf muss noch ein Slap. Weil das sieht aus, als würde was fehlen. Hab ich aber nur. Ah ja, ich hab die äußeren nicht mit Slaps gemacht. Aber ich hab Slaps. So. Aschmann nehme ich wieder mein Zeug ins Inventar, was ich von der Baustelle hier hatte. Wo sollen die Deckenlichter rein? Ja, ich hab schon gesehen, dass es hier mit dem Portal schwierig wurde. Ja. Ich würde vielleicht... Glaubst du, oder? Ja. Das kann man machen. Extra vier Stück dabei nur. Ah. Willst du mir mal den Diorit geben, den du bestimmt aufgesammelt hast? Den hier? Ja. Stell dir vor, ich würde das jetzt einfach essen. Das wäre schon witzig. Willst du mal ins Lager gehen und Glasblöcke holen für den Tunnel und ein Netherrack, um die Ebene hier aufzubauen? Ob ich das will, ist die eine Frage. Mach das mal. Und vier rote Glasscheiben. Vier. Ja, exakt vier. Ich nehme fünf mit. Dann musst du sie danach wieder aufräumen. Nö, ich baue die eine mit der Hand wieder ab. Oha. So, nämlich. So, die Half Slabs auf dem Dach sind gesetzt. Dann ist hier alles soweit fertig. Also, Netherrack brauchen wir aber vieles. Also, da kannst du dich stackweise mitbringen. Dann kümmere ich mich nämlich mal um die Schienen. So, ich befinde mich jetzt auf dem Rückweg. Sehr gut. Hm, das ist schon ein bisschen knapp bemessen eigentlich, wie ich das hier gemacht habe. Weißt du, was auch knapp bemessen ist? Unsere Aufnahme. Vielleicht nehmen wir doch noch eine Folge auf. Von mir aus. Wir sind bei 38 Minuten. Ja, aber wir haben vorher noch nicht aufgenommen. Deswegen bis so 45, glaube ich, würde es normal gehen. Okay, dann gucken wir mal. Aua. Guck mal, meinst du, das soll man so machen? Nein, sieht kacke aus was. Man muss halt hier noch ein bisschen was anbauen. Ach so. Oder man macht hier so einen kleinen Knick rein. Weil das Haus verschieben tue ich nicht. Nö, ich finde das ist okay. Also, man muss halt die, da hinten wird noch eins hochsetzen dann, aber sonst schon. Ja, aber man muss ja dann hier noch komplett alles auffüllen, weil hier ja der Glasblock dann drauf steht. Nö, ja, aber da kannst du ja so ein, also da würde ich halt so ein bisschen die Fläche erweitern. Ja, so ein Überhang. Ach so, warte mal. Hast du die Sensorschiene? Eine? Ah, jetzt habe ich eine. Hey, warum hat er die vorhin nicht aufgenommen? Ähm, ja, ich würde hier noch. Ach so. Ja. Ah, warte. Oh. So. Ja, füll mal alles mit Netherrack auf. Das ganze Nether. Nee. Aber. Ein bisschen. Genau, jetzt ist nämlich die Frage, ob man das von außen sieht oder nicht. Ja, tut man. Dann lasse ich das weg. Mach einfach Sensor-Schienen davor. Davon habe ich ja noch. Ja, die sind, die sind gut. So. Ja, das sieht gut aus, so. Wobei ich das hier noch, glaube ich, so erweitern würde. Ja. Oh, jetzt habe ich schon keinen mehr. Das verbraucht echt viel. Ja. Hast du noch welchen? Ja. Ah, dann kannst du das ja dazu machen. So. Eigentlich wäre es besser, wenn man das hier auch noch auffüllt. Aber eigentlich habe ich da keine Lust. Und ich habe auch den Netherrack dazu nicht. Was noch? Hier bis zu der Wand oder drüben. Ach so. Ja. Irgendwann. Könnte man, aber letztendlich ist es auch unnötig. Okay, jetzt brauche ich das Glas. Hier. Ne, das andere Glas. Danke sehr. Eigentlich, ah, ich wollte schon sagen, eigentlich kannst du auch was machen. Ja. Dann wird mir ja auch endlich nimmer von den scheiß Gasts abgeschossen, wenn man einfach nur durchs Portal gehen will. Ja, das stimmt. Hast du noch Netherrack? Ja. Gib den mal runter. Geht jetzt schlecht. Ich komme vorbei. Toll. Dann kannst du ihn auch hinbauen. Also, ich weiß nicht, wie der Übergang hier gemacht werden soll. Oder der Unterhang, besser gesagt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und das Glas würde ich auf jeden Fall einfach eine Schicht machen und fertig. Nee, nee, nee. Wie, nee? Da wird noch schon, das wird schon schön gemacht. Achso. Ja, genau. Kann man einfach so ausfüllen dann. Ja, wie ich es ausfüllen würde, weiß ich nicht. Ich habe fast kein Netherrack mehr. Und wir nehmen Seelensand von daheim. Nö, das... So, wie sieht das jetzt aus? Pfff, naja. Ich hole noch ein bisschen Netherrack und mache das zu. Ja, okay. 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 Das ging aber schnell. Ich weiß. Ruck, zuck. Ja, ja, ja. So. Wunderbar. Ah ja, das kann sich sehen lassen. Oh, ein Ghast. Schon geht's los. Perfekt. Ja, gut, dann... Sollen wir dann hier die Aufnahme beenden? Ja. Gut. Oh, will ich schon Minecraft haben, um hier schön aus dem Bild rauszufahren? Das würde sich ja anbieten. Gut. Dann... Warte, ich muss nach da hingehen, dann kannst du mich angucken. Guck mal aus dem Fenster raus. Ah, ja, der sieht uns jetzt aber nicht, der hier. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.